überlaufen ist die Schienen kommt kommen unterirdisch also übermächig ja bis sie hat lang gelaufen ja ich bin irgendwie um komm so vor ich geh grad meine Lava einmal in die Leere so machen wir das mal doppelt nein 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 oh nein ich bin so scheiße wieso was los Lava in der Bude und ich sterbe vielleicht mit Holz äh einer wie viel zieht Lava nein will nicht recken und ich recke also wenn du rechst dann äh weißt du ja was denn alles explodiert sozusagen und du dann stirbst äh da ist noch welche ja es könnte sein damit die alle wechseln wie ist der Name ein L wie mein Name ne die 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 ich habe Achso, ich hab nur noch eine Spitzacke. Wappern, kommt doch mal anmachie. Ich bin jetzt zum Malster. Hast du Glück gehabt, wa? Ja. Warte, lieber? Ich hab nicht gedacht, dass es geht. Früher ging es, glaub ich, nicht. Früher, leider. Ey, hab ich mir kein Schwert gemacht? Ich hätte mir doch ein Schwert gemacht. Soll ich, du stirbst jetzt erst mal? Vielleicht wieder ein Schwert? Das hab ich auch. Das hab ich auch. Ich glaub, jetzt mach ich schon... So, jetzt bin ich noch zweimal dabei, ne? Zweimal. Oder ich geh Kiss-Farm. Ich fahr mal Sand, wenn ich weiß, wo's ist. Bei Janne, na ne, da brauchst du oder wo? Na, ich will einen Weg jetzt bauen. Okay. Na, zu dir, zur Farm. Zu alles sind halt. Wie faszin das, äh, was ich da gemacht hab mit dem Eisen und, äh, mit dem Lebensblatt. Ich hab das so ziemlich noch nie gemacht. Das war's. Ja, ging. So. 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 Nee, ich... Kann ich mich hier überhaupt stumm stellen? Ja dann. Eigentlich sieht der 2 Weg auch ganz so cool aus. Vielleicht mach ich denn doch 2 weg... 2 breit. Äh... ups. Tom? Ich dachte, er muss jetzt niesen. Nein, ich muss nicht niesen. Ich hole mir schon ein Taschentuch. Ach so. Er hat sich ein Taschentuch. Ich mache das so. Zand ist hier. Meine Schaufel verabschiedet sich auch gleich. Nicht wundern, ob ich gerade ein bisschen wenig rede. Äh... Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Wir stehen schon für die nächsten Schritte. Äh... Ach da, ich hab sogar mit bei. Mach ich gleich nochmal ne Eisenschaufel. Kurz das brechen ich bin nicht mehr da. Oh. 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 Hallo. 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 Willste auch? Ja. Scheiße. Hehehe... Wieso, scheiße? Kann ich auch ne? Ist dir das peilig? Ein wenig. warum ist nicht so schlimm da darfst du nicht fragen ach ja schon da ich habe vergessen ob du nicht fragen darfst was glaube ich nicht aufnehmen wie meinst du verstehst du was nicht fragen weil du keine rechte hast jetzt hast du keine rechte mehr oder mit mach das mal game und wenn du keine rechte mehr hast er sieht man das gar nicht dass du mir wenn du mir die op-rechte weggenommen haben dann sehe ich dann habe ich das gar nicht mehr gesehen falls du mir die gerade weggenommen hast du hast du mir wiedergegeben aber als du mir weggenommen hast das habe ich nicht gesehen also bei mir war er nicht ja weil du ja keine rechte mehr hast und das war irgendwie keine ahnung ich keine ahnung wenn du mir die op-rechte entnimmst dann ähm sieht man das nicht bei mir aber wenn du ein bisschen mit gips in suche crazy shit ich muss die bankers musik ausmachen weil ich mache dann noch später musik hinterher ich habe ich da noch musik hinter und Prozent was da hört man zweimal musik das hat sie gekommen schmoller alter der normalen zum bergfassen doch und kreis also koppelstern Ja, ja. Oder zwei Stacks oder was. Gut, ich brauch nämlich viele Kabels drauf. Alter. Untertitelung des ZDF, 2020